Hallo, ich bin Blaine Spectator, vor euch ein Mikrofon und wir spielen bei der Battleship Brigade. In der letzten Folge haben wir als Fresh mit der Theater-Schauspielgruppe den Boden aufgewischt und dadurch das letzte fehlende Herz bekommen, um unsere Frau Adea hoffentlich zu ein. Kirin, welcher ich habe das letzte Herz? Gut gemacht! Schnell, gib sie mir! Wir müssen sofort mit dem Destillieren beginnen. Läuft es trotzdem zwölf Stunden? Das lässt sich nicht vermeiden. Um die Herzen richtig zu hydrolysieren, müssen sie stundenlang bei geringer Hitze kochen. Zwölf sind wirklich das Minimum, bei weniger wirkt die Tinktur wirklich nicht. Ich halte es nicht aus, länger zu warten, bis ich sie sehe. Es muss doch etwas für mich zu tun geben. Deine Absichten sind gut, Fresh. Denke aber daran, was am besten für Adea ist. Die Vorbereitung zu unterstützen könnte ausgesprochen negative Folgen haben. Ich weiß, ich weiß, du hast recht. Es ist nur schwer, untätig herumzuwarten. Komm bei Tagesanbruch wieder. Überlass uns den Rest. Ja, diesmal passt ihr hoffentlich auch drauf auf. Nur noch eine Nacht, dann sehe ich sie wieder. Haltet durch, Adea. Du hast es geschafft? Wirklich? Absolut wirklich. Vor gerade mal 3,2 Minuten fertiggestellt. Dann gilt es, keine Zeit zu verlieren. Adea ist Heilmittel. Es ist aus Liebe gemacht und aus drei seltenen Herzen. Warte, du hast so viel getan, um mir zu helfen. Vielleicht kann ich Rixel einen Besuch abstatten und vorschlagen, dass er dich nicht weiter sabotiert. Die Banditen haben mir erzählt, dass er sich im Keller im Phoenix Palast verkrochen hat. Ja, ich weiß die Geste zu schätzen, aber Rixel kann den Fortschritt der Wissenschaft nicht im Weg stehen. So sehr er es auch versucht. Trotzdem, Belkior, vielleicht solltest du zu ihm gehen und du sozusagen Kroll zu besänftigen. Ich werde dich zum Schutz begleiten. Hm, aber seine Ratten sind die Wahl. Wie unhygienisch an einem Ort, an dem experimentiert wird. Ich sehe keinen solchen Grießkram. Aber besprechen wir das später, Fresh. Muss aufbrechen. Ich höre nicht, dass ich dir jemals genug danken kann. Das musst du nicht. Geh einfach. Wir sprechen uns, wenn du wieder da bist. Aber ich bin nicht. Mein Bärling hat recht. Wir wünschen dir alles Erdenkliche Gute. Ja, danke. So, dann. Immer langsam, wo willst du hin? Nach Westen. Ich muss sofort aufbrechen. Ich komme gerade aus dem Westen. Die Monster sind fieser als je zuvor. Sei unterwegs vorsichtig. Danke, ich werde die Augen offen halten. Haben die anderen noch was zu sagen? Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin im Begriff, die Stadt zu verlassen und wollte mich verabschieden. Verlassen? Ich verstehe. Sei aber bitte unterwegs vorsichtig. Hier treffen Berichte über Monstergewalt aus ganz Victusia ein. Berichten zufolge hinter das Komitee sogar beschließen, das Turnier zu verschieben. Boah, ich habe noch nie aufgehört, dass das schon mal passiert ist. Mach dir aber um mich keine Sorgen. Ich nehme es mit jedem Monster auf. Daran zweifle ich nicht. Pass auf dich auf, Fresh. Du auch, hoffentlich bis irgendwann. Hey, Freshie. Hast du kurz Zeit? Ja, beeil dich. Ich muss los. Dieser Rixel. Hast du herausgefunden, warum er deine Herzen haben wollte? Er hat versucht, Berchus' Ambrosia-Rezeptur zu klauen. Wirklich? Da bin ich mir nicht zu sicher. Ich mir auch nicht. Wie immer sein Messer rausholt beim Springen. Freut mich, dass du wieder fröhlich bist. Hast du dein Gegenmittel hergestellt? Ja, doch bevor ich aufbreche, wer hat wen gefragt? Das geht dich nichts an. Natürlich habe ich ihn gefragt. Er war so nervös. Zieh da. Verstehe mich nicht falsch, Junge. So glücklich war ich noch nie. Ihr zwei seid so süß. Kein Schritt weiter, Recruit. Meister Rixel, ich muss wirklich los. Du hast seit 8. Juli keinem Turnier mehr teilgenommen. Warum? Kein Duell mehr teilgenommen. Warum? Meine Frau ist erkrankt. Und ich habe an einem Gegenmittel gearbeitet. Ich hatte keine Zeit, an irgendwas anderes zu denken. Gut, dass du da bist. Ich würde gern offiziell aus dem Prüfungsnäher ausscheiden. Ich verstehe. Bist du sicher, dass du das willst? Du bist dieses Jahr eines der größten Talente. Und ich verteile mein Lob nicht leichtfertig. Meine Familie ist wichtiger als mein Platz im Turnier. Ohne sie wäre ich nicht hier. Nun gut, Fresh. Dein Austritt ist abgelehnt. Was? Du wirst wie geplant zu deiner Familie zurückkehren. Ich werde dieses Treffen verlassen und diese Absicht weiterleiten. Den Rest unserer Diskussion werde ich allerdings nicht wiedergeben. Wir brauchen Org wie dich in der Brigade. Dein Herz und deine Aufneid können nicht gelehrt werden. Du wirst einen großartigen Brigadier aufgeben. Meister, ich... Wenn du dich rechtzeitig zurückkehren hast, um deine Duelle abzuschließen, werde ich das als deinen offiziellen Austritt betrachten. Bis dahin freue ich mich darauf, dich wieder im Kampf zu sehen. Abtreten. Abgetreten. Wie kommst du, dass ich gleichzeitig gerührt, ängstlich und traurig bin? Fresh, bist du es wirklich? Adia, meine Liebste. Ich will, dass du diese Medizin nimmst. Funktioniert sie? Spürst du etwas? Adia? Dia? Du hast getan, was du konntest, Sohn. Sie kehrt jetzt zu ihrer Mutter zurück. Alles, wofür ich gearbeitet habe. Alles, was ich getan habe. Nichts davon war gut genug. Ich hätte dich nie verlassen dürfen. Ah, sie ist doch schon wieder ganz grün im Gesicht. Alles gut. Adia? Tochter? Mami? Mutti? Mama? Mama? Oh, so gut habe ich mich schon ewig nicht mehr gefühlt. Unfassbar, es geht dir gut. Sollst du dich nicht vielleicht schon? Ich hatte für den Rest meines Lebens schon genug Schonung. Ich habe dich vermisst. Ich dich auch mehr als alles andere. Vater! Ardia, es gibt so vieles, was ich dir sagen möchte, aber mach es dir erst einmal bequem. Ich werde dir den Dorf bewohnen und von deiner Genesung erzählen. Ardia, ich weiß, was du sagen willst und ich will es nicht hören. Du weißt, dass ich nach all dem hier nicht zurückgehen kann. Ich hätte dich schon einmal fast verloren. Noch einmal lasse ich das nicht zu. Und ich lasse nicht zu, dass du aufgibst, wofür du schwer gearbeitet hast. Kai, Lupa, würdet ihr gerne verreisen? Ja! Wir können die Kinder nicht mitnehmen. Die Monster greifen alles in Sichtweite an. Dann werden wir unsere Nachwuchs vor allen Monster beschützen, die so dumm sind, sich uns in den Weg zu stellen. Ist das dein Ernst? Ich bin noch nicht Häuptling. Wir können Urlaub nehmen und dir dabei zusehen, wie du deinen Traum verwirklichst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag ja! Okay, okay, wir brechen bei Tagesanbruch auf. Oh, shit. Es ist größer, als ich es in Erinnerung habe. Das höre ich auch öfters. Ja, und voll mit den talentiertesten Köchen von Lictusia. Hör ich Bedenken? Was? Von mir? Niemals. Du wirst noch nie ein guter Lügner. Wie wär's damit? Ein Duell. Du und ich. Ähm, Adi, ja, ich glaube, wir sollten zum Gasthof gehen. Sag bloß nicht, was du Angst hast. Komm schon. Lass uns gemeinsam den Rost abschütteln. Begehrt eine Jungfrau ein. Duell? Und es ist zu spät. Wer sind diese Leute? Also, es ist mir ein großes Vergnügen, fast der Rätselig zu sein. Sie sind meine... Ich schätze, sie sind meine Freunde. Noch besser. Jetzt haben wir ein Publikum. Oh nein, meine Dame. Du hast einen Auftritt. Okay, Zeit für ein D-D-Duell. Einmal mehr heiße ich euch willkommen, herzallerliebste Landsleute. An diesem strahlenden Morgen ist es mir die große Ehre, euch aus der Übungsküche zu begrüßen. Zwei Teilnehmer, beide im Stand der Ehe verbunden, stehen bereit, um einander in einen geistigen Wettstreit zu begegnen. Ist... äh, nicht ein bisschen dramatisch? Ha, ha, ha. Du hast ja keine Ahnung. Ähm, ähm. Den Vorsitzenden über das große Eltern führen unsere besonderen Gastfüroren. Nun, sag schon, was sind ihre Namen? Kai! Kai! Lupa! Gib mir Mama! Mama, Papa, kann ich Erde haben? Ich will auch immer Erde fressen, Leute. Mein Magen sieht sich nach feurigen Gewürzen, die auf meiner Zunge frohlocken. Sagt, welche Zutat ist der Größe unseres Anlasses angemessen? Das ist aber nur ein Gericht für die beiden, oder? Der Stachel eines Felspanzers. Der Zahn eine Hydra. Die Drachenschwinge sollte genau das Richtige sein. Takabibi. Mich durchtür fast nicht die Feierlichkeit. Takabibi! 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 Warte auf einmal. Nun gut, ich denke ein. Die Hauptzuteile ist für wahr. Takabere. Aha, das ist toll. Ja dann, let's get ready to rumble. Die wollen Erde und Wasser. Ja, das ist nur ein Gericht für die beiden. Und der will sein übliches Feuer. Dann schnappen wir uns hier mal die Wehren. Die Truhe schnappen wir uns dann auch gleich. Nerv nicht. Viertelne Soße, okay. Klar könnte man darauf achten, ja, komplett nutzlose Zutaten. Die snacke ich mir mit meinem Schwert weg, damit ich halt, ne? Aber es ist halt immer so eine schwierige Nummer, einzuschätzen, was ich jetzt gerne haben will als Zutaten und was nicht. Aber zum Beispiel, die gute alte Tomate, die will ich haben. Aber sowas zum Beispiel nicht. Weil das war auch eine Menge Wasser, was da drin war. Hier, Sonnenfrucht. Tomaten. Zack. Dann einmal hier abgehen. Mal hier durch den Gegenschnetzel. Hä? Runter! Okay. So, was kriege ich, wenn ich gewinnen? Wenn du willst, werde ich die Pups morgen nehmen, sodass du den Garten genießen kannst. Aber wenn ich gewinnen... Ich kaufe dir ein neues Set. Also, ich glaube, ich werde mit dem Garten genießen. Ja? Wir sehen uns über das. Let's beginn. Fangen wir am besten mit dem Feuertypen an. Das ist einfacher. Taka-Bären. Hast du da drin? Du kriegst sogar zwei. Ist das nicht toll von mir? Bauernsteak. Let's mix the fuck up. Habe ich jetzt sogar Knochen drin genug, um sie mal zu mischen, Junge? Das ist selten, dass ich mal dafür genug drin habe. Oh, aber ich kann sie nicht mischen, weil ich nicht Dinge ins Kürchen habe. Natürlich. Ups. Ich kann sie natürlich nicht mischen, weil ich nicht einen normalen Topf habe. Ah, was machen wir rein? Was machen wir rein? Irgendeine Soße haben wir noch. Saphir-Tau haben wir noch. Wir brauchen aber auch alles für die... Äh... Wir brauchen die auch noch. Einmal hier, einmal da. Das ist für den Feuer-Dude. Die anderen sind kompliziert, dafür habe ich so wenige Zeit. Saphir-Tau. Saphir-Tau. Komm mal an. Switchy-Brust. Switchy-Brust. Und eine Runde warten. Smaragd-Gras. Smaragd-Gras. Mitnehmen. Dahin. Die Hauptzitat nicht vergessen. Ist auch noch wichtig. Nehme ich die Taka-Beere. Dann Erde rein. Jetzt haben wir drei, drei. Und wo geht eigentlich? Drei, drei. Drei, drei. Werte. Werte. Können wir nochmal, wenn ich jetzt sicher bin, dass ich da nochmal Erde zusammenkriege, können wir das theoretisch nochmal mischen. Ja, ob das kriege ich hin. Die hier müssen weg. Die Scheiße da weg. Switchy-Horn rein. Zack, mitnehmen, zack, zack, abgeben. Und jetzt werden wir den Gewinner anmitteln. Okay, weil diese Erde ist einfach köstlich, leckeres Wasser, das würde ich gerne jeden Tag essen, jeden Tag, jeden Tag, holy shit, das ist gar nicht mal so verkehrt, was die da gemacht hat. Die Erde, Wasser, Wasser, sie hat mehr Punkte als wir, oder? Ich habe so einen mehr, was sie hatte. Heilige Scheiße. Wir spielen uns hier den Boden auf. Was ist für die krasse Frau? Ich habe verloren. Und zwar nicht um wenig. Ich würde sagen, wir machen eine Rewasche, aber erst in der nächsten Folge. Da bleibt es spektiert, aber auf euch ein Mikrofon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann. Haut rein. Haben Sie einen Moment Zeit, um über unser Lord und Retter Cthulhu zu reden? Dann bitte hier ein Video klicken, da ein Video klicken, hier unten abonnieren und liken.